Das ist so ein alternativer Nachrichtenportal auf eins. Das Impfthema ist natürlich auch noch lange nicht gegessen, weil viele Leute natürlich auch immense Schäden gehabt haben. Aber auch viele Menschen wurden zu Unrecht geimpft, weil sie den Arbeitsplatz verloren hätten. Friedensthema wäre auch Great Was That ein Thema, weil die Herrschaften sich auch in der Ukraine stark machen, um da viele Menschen zu ermorden, zu misshandeln. Ansonsten bei den ganzen Sachen, Sepp, hast du da vielleicht was da hinzufügen? Thema Krieg, kann ich da noch irgendwas Besonderes anbieten, zum Mitnehmen? Ja, wir haben jetzt noch die Software für alternative Medien, wo man sich das informieren kann. Also auf eins berichtet sehr viel auch, gell? Ja, genau. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön noch einmal für das Zwischenspiel.